Wie geht es mit dem Jusli? Wie geht es mit dem Jusli? Wie geht es mit dem Jusli? Nein! Nein! Haben die Füße? Ja, wir müssen alles essen. Und wo haben die eure Essen noch? Die werden doch fitter. Schmeiß den Mund nach unten rein. Schau, dass ich schluck. Schon schön. Wenn sie essen werden, meistens. Oder wenn sie einfach in der Veränen. Ich bekomme immer von Schuhe. Ich bekomme immer von Schuhe. Da stecke ich in deine Schasche. Ja. Wenn ihr jemand macht, dann auch noch ein bisschen zu kommen. Ja. 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 Ja.